Es kursiert das Gerät. Jack Sparrow ist erlaubt. Er sucht nach der Quelle der ewigen Jugend. Johnny erfand diese unglaubliche Figur. Eine der ganz Großen der Filmgeschichte. Er ist unendlich faszinierend. Ich bin Captain Jack Sparrow. Der Echte, das Original. Johnny liebt die Rolle und hat mit uns am Skript gearbeitet. Es ist wundervoll, mit Johnny Depp als Partner in seinem Drehbuch zu arbeiten. Jack, ich hab so das Gefühl, dass du den Weg gar nicht kennst. Es heißt ja, der Weg sei das eigentliche Ziel. Jack und Barbossa stecken in einer Zwangslage und drumherum die neuen Figuren. Ich glaube nicht, dass uns die Ideen für neue Szenen mit Captain Jack ausgehen werden. Kämpfe es schon mit der Rände! Bitte nicht. Genau so kenn ich Jack.